Wieder ein Aufzug. Wo ist die Ameise denn hin? Ach, da oben. Dieser war schnell, ne? Ameise mit den Beinchen. Jetzt schon einen kleinen Vorteil. Vor allen Dingen, ich sehe ja auch ein bisschen wenig, ne? Ich bin räumlich von meiner Sicht bin ich ein bisschen eingeschränkt, so als kleines wandelndes Ei. Ja, kleines Küken. Euer Sam als Küken. Rabenküken. Und hops. Aber so ist es schön. So ist es gechillt. So mag ich die Jump and Runs. Ich kann mir das angucken. Ich kann das genießen. Ich müsste doch da irgendwie raufkommen. Ja, da oben ist auf jeden Fall was. Komme ich denn da hoch? Also von hier erstmal nicht. Ich möchte hinten rum. Da ist die Ameise. Ich sprich. Oder hoch. Doppelsprung. Drücke zweimal. Ops. Ah. Ja, guck. Jetzt bin ich ein vollwertiges Jump and Run Mitglied. Oh ja. Oh ja. Das geht gut. Das geht gut. Ja, die Doppelsprünge brauche ich auch in diesen Passagen hier. Nein, 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 nein. Oh, ich bin noch die Birne. Ah, ich kann immer noch rapsen. Oh, ich hab nicht gelesen. Hallo? Ah, okay. Das hab ich auch nicht erkannt. Dass ich da nicht weiter konnte. Also ich hab jetzt leider ein bisschen von dem Text nicht gelesen. Hab ich vergessen. Das hier auch. Das erkenne ich nicht sofort, dass das Gegenstand ist. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie problematisch wird. Aua. Oben ist ein Ameise. Darf ich dadurch das... Okay. Ich würde sagen, ja, ich darf da durch. Allerdings muss... Ah, da kommt noch ein roter Strahl zusätzlich. Okay, warte, warte, warte. Jetzt haben wir gleich. Also da kommt noch in den gelben Strahlen leichter roter, meine Güte, aber schwer zu erkennen. Okay, hier ist aber nix. Gehe ich dann weiter. Hier rechts. Okay. Nee. Boah, das ist so schwer. Zu sehen, meine ich. Nicht zu spielen. Zu... Zu sehen. Ah, okay. Ich glaube, ich kräherz einfach die ganze Zeit. Dann geht vor mir immer alles kaputt. Ups. Komm, da kann ich doch auch hin, oder? Nee. Nee. Da geht nicht weiter. Ach, das war wieder die Wurzel. Ich krieg doch ne Krise hier. Ja, ich krieg ne Krise. Sehnsüchte. Ameisenkönigin braucht eine Krone. Okay. Nee, das ist wieder das gleiche. Hallo, Herr Ameisenkönigin. Obwohl, wir wollten doch der A... Hallo. Okay. Also der Ameisenkönigin wollen wir doch eigentlich nicht helfen, ne? Ups. Hä? Äh. Okay, das habe ich jetzt nicht erkannt, dass man hier hingehen kann. Hier sind Sprungpilze. Also... Im Moment bin ich gerade ein bisschen... Wir kennen das nicht so schnell. Also das sind Sprungblümchen. Die katapultieren mich nach oben. So, da oben ist die Krone. So, warte mal. Dann muss ich erst mal das Ding hier wegmachen. So, aber jetzt will ich ja... Ich will ja eigentlich die Krone nicht, ne? Habe ich auch ne andere Möglichkeit, ohne Krone da durchzukommen? Warte mal. Hallo. Oh, oh, oh. Ups. Ah. Und was jetzt? Äh. Ähm. Ja, gut. Ich kann auf jeden Fall wieder zurück, ne? Warte mal. Kann denn ja... Ui. Okay. Habe ich die Ameise jetzt getötet, oder wie? Ups. Upsi. Okay, die hatte aber eh ganz viele. Guck mal. Die hat ganz, ganz viele Messer im Rücken. Das war nicht ich. Äh, äh. Das war Brutus. Messer im Rücken ist immer Brutus gewesen. Habe ich nichts mitzukommen. Aber jetzt habe ich gar nicht geguckt. Gab es denn das irgendeinen Bonus für mich oder so? Gab es da was? War das richtige Entscheidung so? Ich muss echt mal lesen, was da unten schon kommt. Okay. Ich muss mir das nachher nochmal im Video angucken. Das war für mich jetzt zu schnell. Ich habe mir mal so meine Überlegungen auch noch mitmacht. Ah, und hier wieder so ein Ding, was ich nicht erkenne. Da oben ist auch noch was. Also wirklich, die Wurzeln zu erkennen ist sauschwer. Ich kann endlich den Wind hören. Sing für mich. Mich. Immer nur für mich. So. Guck hier. Unsere Raben-Power-Kräfte. Gogo-Gogento-Power-Arme. Äh, Power-Power-Dingens. Wie ist das? Power-Atem. Äh, hoch. Hui. Okay, also es ist ganz schön tief gefallen. Gucken, wie hoch wir denn dann auch dementsprechend müssen. Ist mir nur so ein komisches Ding. Das ist mir zu kompliziert, das jetzt alles mitzulegen. Ich lese mir das nachher in der Aufnahme nochmal. Das kriege ich nicht hin. Uah. Ey, ich will nach oben. Willen die nach unten? Eine Ameische. Ist der Pilz jetzt dahinter ein Widerstand? Nee, ne? Ich will deine Konfession hören, Schi**er. Aua. Und das in der Perspektive zu erkennen, wo hier was Böses ist und so. Muss man schon gute Augen haben oder Glück? Im Moment habe ich eher letzteres Glück. Hui. Okay. Jetzt muss ich nur noch die komischen Dinger da einsammeln, glaube ich. Nach oben kommen. Ich kann leider nicht bremsen. Also die Geschwindigkeit, mit der ich fliege, ist immer gleich. Äh, da ist... Ich erkenne die nicht. Wo sollen die sein? Äh, da habe ich Glück. Den habe ich erwischt. Was ist das? Und ab in den Himmel. Das bedeutet... Ich kann auch... ...mein selbst. Und es fühlt sich... ...fine. Yaga, was... Wie sollst du aus diesem PIT? Du willst mit einem Mörderer messen? Schau, ich habe dich wirklich nicht... Slavitsa. Ich wünsche dir, dass ich dich nie wiedersehen will. Jäger, bist du da? Verdammt! Ich werde dich mit späteren. Es war die letzte Mal, jemand gesehen, Slavitsa. Was? Was? Oh, nein! Nein, bitte! Nein! Nein, nein, nein... Nein, 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 nein... Sind sie alle tot? Alle tot, weil... Warum hat Bob immer immer die, die mich verletzt? Ich muss es mal eben lesen. Okay, ich muss mir das nachher lesen. Das war jetzt ein bisschen... Also ich lese mir das nachher nochmal durch, weil die das jetzt schon direkt verstanden haben. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel drüber gequatscht, dass ihr das vielleicht eventuell verstanden habt, wenn ihr das englische gut mächtig seid. Oder ihr habt dasselbe alle lesen können. Aber für mich war das beide gerade ein bisschen... ein bisschen komplex. So, aber ich glaube, jetzt können wir weitermachen. Jetzt haben wir nicht wieder dieses 2D. Halt. Eins? So, warte mal. Einmal den ganzen Bestand auffüllen hier, den ganzen Trinken und alles. Okay, kommen wir hier. Was war der Jäger-Trank nochmal? Was brachte der? Was hat mir der Jäger-Trank nochmal gebracht? Imaginäre Freunde... Ne, das ist was anderes. Da. Genau. Hier. Den Jäger-Trank. Ähm... Mischung, die vorübergehend. Deine Schriftdämpftempo erhöht, die dich im Umgegen Verwirrung macht. Und der Höpfung bei Spannfunk. Okay. Gut, brauche ich ja aktuell nicht. Wann habe ich mal das Ding? Bin gerade sehr langsam. Warte, habe ich Erschöpfung gerade? Also, gesichtslosen Statue. Müssen wir da wieder unsere Maske reinsetzen? Du bist nicht, Papa. Bist du? Ich... fühle dich nicht. Es ist gut, dass du alles fühlst. Du bist... Du bist in meiner Maske. Oder... Du bist die Maske. Ich bin mit dir, wie du mit mir bist. Am Paradies von den Zweigen, wo die Vögel hausen, Unterwelt der Wurzeln... ähm... die Schlag... äh... Paradies. Hoffentlich war das richtig. Ne, Totenkopf. Doch, Sonne oben rechts. Puh. Okay. Warte, Wer bist duFon... Warte, Warte Gubernee, Warte, 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 Warte! Wie heißt es? Wie sind Sie? Wie heißt es? Ich will dich, nachzumieren, Zora. Warte, nicht die andere Art. Ich zauchze und folge. Ich gehe die Reise mit Leinen, Wenn ich weiter sch devoir. Warte. Ja, wie es so... wie... Bring die Maske zur Hütte. Gut. Überquerung. Du hast alle Möglichkeiten für ein schnelles Vorankommen auf dem Landweg freigeschaltet. Schwarzer Kater. Zur Hütte und wieder zurück. Blinzelstatue. Schieße, um auf sie zuzuspringen. Zwillingsstatuen. Dann benutze sie, um zwischen zusammengehörigen Statuen zu reisen. Das sind die anderen Statuen dann wahrscheinlich. Da hinten die. Und schauen. Zwillingsstatuen zum Durchqueren interagieren. Ah, okay. So. Aber woher weiß ich jetzt, welche Statuen denn zusammen verknüpft sind? Ich glaube, ich muss mich einfach anvertrauen und gut ist, ne? Ah, okay. Da unten. Da. Ja, ich glaube, das wird immer so sein, dass der Weg dann, ähm, bereitet ist, sozusagen. Dass man also dann genau weiß, wo man dann lang muss. Ich glaube, die Hütte, die Hütte dürfte es nicht sein. Ui, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ah, das ist das mit dem Hohn. Da ist hinten der Honigbereich. Okay, hier sind wir. Ah, okay, ja. Weiß ich ungefähr, wo wir sind. Jetzt mal testen hier. Hier unten ist wieder der pfeifende Teufel. Hier ist eine Statue. So, jetzt gucken wir mal. Ich sehe keine zweite Zwillingsstatue. Wo kommen wir denn hin? Hallo? Ups. Oh, ich habe das, den Elch aufgeschreckt. Wo bin ich jetzt gelandet? Ah, bei der, bei der Pilzfamilie bin ich gelandet. Hier, das war jetzt nicht sofort ersichtlich. Wo war denn noch mal? Ach nee, halt, da haben wir erst mal eine Ameise. Die müssen wir doch wieder. Wieder mal in die Irre schicken. Da ist das Golddingens. Na komm, erst mal die, erst mal die Ameise. Die Spiked Beasts, die Vowel-Stray-Legionaries, und mit den Wälder-Bug. Die, 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 die was? Oh, du musst sagen, die Hedgehogs, meine Queen. Und mit wem haben sie dare zu plotieren? Die Larva. Die sehr gleiche, die beurteilen die Körper der Mäste, bevor die Legion kann sie auf sie beurteilen. Jetzt, er sagt die Hedgehogs, wo meine Truppen sind. Wie soll ich mit ihnen mit ihnen beurteilen? Nö, 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 die wird schön in die Ehre geführt, die Damen. Hast du deine Meinung verloren, wilde Tyrant? Hier ist kein Plot, nur der natürliche Ordnung von Dingen. Besser für mich. Du wirst die Füße von denen, die meine Worte nicht verhindern. Aber ich werde mir da echt noch, äh, echt noch fiese, äh, also ein paar Bösewichte, glaube ich, anzüchten. Gegen die werde ich noch kämpfen müssen. So, aber jetzt muss ich mal gucken, kann ich da hinten das Goldjüngchen da jetzt verfolgen? Okay, weg, da rennt er. Ich renne dir jetzt nach. Komm, jetzt renne ich dem nach hier, wo ist er? Da ist er. Hier geht's rum. Da hinten rechts. Ne, okay, hier wieder links. Da. Da. Ne, halt. Ne, 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 ne. Uah. Wollte den Speicherpunkt nutzen. Ich hab noch nicht gespeichert. Ich möchte nicht alles nochmal machen müssen. Mann, das war jetzt echt saublöd. Aber, wie gesagt, das Speichern musste sein. Was denn das? Oh, ups. Wow. Ja, okay. Also, der Typ ist... Ne, da hinten ist er noch. Glaube ich mir noch eben kurz das als Stärkung. Ja. Und dann auf ein neues. Wo ist er? Komm her, der war doch gerade hier rechts. Ne, da oben. Ne, das sind... Ne, das ist was anderes. Ich hab den schon wieder aus den Augen verloren, den Heini. Du warst im Moment... Ne, dem kann ich immer noch nichts tun. Mann, das ist aber fies. Ja, komm, dann geh ich mir die Katze holen, dann geh ich zur Hütte. War noch eine Katze, oder? Ja, da war ich jetzt gleich. Da war ich doch jetzt gleich. So. Alles wegpacken hier. Haben wir hier einen Fisch? No, hab keinen Fisch. Ah, hier haben wir jetzt aber die zweite Puppe. Ah, okay. Das haben wir. Eine zweite Froschrose oder was auch immer haben wir noch nicht. Ne, okay. Gucke ich mal. Drücke auf das Siegel. Ach ja, müssen wir einnähten. Hold on. I know what to do. Take the Hutt. Take the roots. Blah, blah, blah. You can spare me the... No. Something's wrong. Sheesh. What's gotten into you, princess? You out of your mind? Whatever. We're screwed.